Uns ist es ganz wichtig, jede Altersgruppe anzusprechen, deswegen geht es bei uns los mit Kindertanz ab drei Jahren. Dann geht es weiter mit Hip-Hop, Videoclip-Tanzen für die Kids und Jugendlichen, da haben wir auch unsere Mini-Kids. Dann geht es weiter mit Schülerkursen, wir kooperieren auch viel mit Schulen zusammen, machen Abschlussbälle, mit Zumba und Gesellschaftstanzkursen und dann geht es schon in den starken Erwachsenenbereich mit Gesellschaftstanz, Disco Fox, Boogie Woogie, Salsa und West Coast Swing, Tango Argentino bis hin zum Seniorentanz. Wir bieten unseren Gästen jeden Samstag regelmäßige Übungsabende, organisieren Bälle mit tollem Ambiente und vermieten unsere Räumlichkeiten auch für Veranstaltungen wie Firmen-Events, Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten. Das ist eine sehr gute Frage.